So, willkommen zu diesem Video. 5 Jahre Feuerwerksvideos auf meinem Kanal von mir. Also ich habe hier mal so einen Deutschlandpfannkuchen und den werde ich jetzt zur Feier des Tages verzehren. Und dann geht es raus. Und es ist insgesamt schon das 1097. Pyro-Video auf meinem Kanal. Viel Spaß. So, einfach mal bunt durcheinander. Viel Spaß. F1. Richtig gut. Okay. Es kam irgendwie anders als gedacht. Wahnsinnig hell. Wahnsinn. Oh, Jan. Das gibt es doch gar nicht. Da brennt immer noch einer weiter. Tja, der war erst nicht angegangen. Sowas habe ich ganz übersehen. Okay, jetzt bitte nicht explodieren. Ich habe immer so eine Angst vor den Teilen. Und die werden Dampf geben. Okay, das war es mit dem Video. Und dann tschüss bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018